UNTERTITELUNG Wir sitzen alle im gleichen Zug und reisen quer durch die Zeit. Wir sehen hinaus, wir sahen genug. Wir fahren alle im gleichen Zug und keiner weiß, wie weit. Und was führt Sie nach Sodom und Gomorra? Unsere Zeit ist mit den Engeln böse, nicht? Die Munde ist ein Zeitvertreib. Man braucht dafür den Unterleib. Was tun Sie denn? Ich lebe. Wir haben ja gar keinen Respekt vor dem Leben. Bitte? Arbeitslos bist du. Ist das wahr? Mhm. Ja, man hat mir gekündigt. Ein Nachbar schläft, ein anderer klagt, ein dritter redet viel. Stationen werden angesagt. Der Zug, der durch die Jahre jagt, kommt niemals an sein Ziel. Und Sie will Schauspielerin werden? Noch einer. Ich träum nachts, dass ich sie verliere. Und ich schäme mich für die Angst. Vor der Cornelian Bad merke ich, erteile dir hiermit meine Erlaubnis für einen eheähnlichen Bund mit dem hier anwesenden Jakob Fabian. Sollte sich Herr Fabian jedoch wieder erwarten, als nicht geeignet erweisen, gehen Sie ohne zeitliche Verzögerung in mein Bitte zu ihm. Weißt du, ich könnte dich lieber. Und die Liebe hört nimmer auf. Lieber Freund, solange du alleine warst und es mich noch nicht gab, konnte dir nichts geschehen. Es wird jetzt wieder werden, wie es vorher war. Ihre Mutter hat mich gebeten, ein bisschen auf sie Acht zu heben. Und jetzt ist die Polizei da. Es war nur ein Scherz. Werden Sie bedroht? Die Welt geht vor die Runde. Es muss alles in eine neue Ordnung kommen, so geht es ja nicht weiter.